Erstes Advent, Special. Ich versuche das Ganze in einem Bottega zu machen. Also ich werde heute versuchen, nichts rauszuschneiden und das alles in einem runterzurutschen. Deswegen einen schönen ersten Advent an euch. Ich dachte mir ganz spontan, ich mache ein kleines Special für euch. Ich arbeite gerade immer noch am Adventskalender, weil ich noch nicht ganz fertig bin. Aber ich gebe mir Mühe, dass da wirklich jeden Tag etwas kommt. Genauso wie die anderen Kapitel hoffentlich alle mal rechtzeitig kommen. Manchmal vergesse ich es hochzuladen, manchmal bin ich auch blöd und stelle die falsche Zeit ein. So wie ich halt eben bin. Damit muss man leben. Es tut mir auch ein bisschen leid. Ein bisschen denke ich mir so, eine halbe Stunde Verzögerung ist ja nicht schlimm. Und dann kommt wieder der Monk in mir durch, der sich denkt, so doch, ist eigentlich sehr schlimm. Also ich gebe mir Mühe. Hauptsache ihr habt seinen Spaß. Für heute habe ich mir überlegt, dass ich ein paar Harry Potter Witze vorlese. Also los geht's. Voldemort verirrte sich im Wald. Er fragte einen Holzfäller nach dem Weg. Daraufhin der Holzfäller. Immer der Nase entlang. Voldemort. Scheiße. Harry. Wo ist eigentlich Hermine? Ron. Wingardium Leviosa. Hermine von irgendwo. Es heißt Wingardium Leviosa, nicht Leviosa. Ron. Ich hab sie gefunden. Welches Müsli feiern Zauberer und Hexen am meisten? Na, die Hufflepuff. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie verrückt bist du nach Harry Potter? Dich. 9,75. Warum bevorzugt Voldemort Twitter über Facebook? Er hat keine Freunde, nur Follower. Wie sorgen Todesser für einen frischen Atem? Mit Dementos. Ich muss sagen, das ist mein Lieblingswiss. Wie viele Muggel braucht es, um eine Glühbirne einzudrehen? Einen. Es ist das Einzige, wofür sie gut sind. Der war ein bisschen fies. Wie viele Harry Potters braucht es, um eine Glühbirne einzudrehen? Nur einen. Er steht da und die Welt dreht sich um ihn. Naja, irgendwie haben sie ja auch recht. Wie kannst du erkennen, ob jemand ein Reindlut ist? Keine Sorge. Sie werden es dir sagen. Wie würdest du eine Shonen, in der Sirius die Weasley-Geschwister adoptiert? Orange is the new black. Es ist total lustig. Ich war gestern mit Freunden unterwegs und ich habe jemanden im Freundeskreis, der heißt wirklich Black mit Nachnamen. Und ich habe ihn gestern mehr oder minder genötigt, sich auf Wizarding World zu registrieren. Und wir haben schon Witze darüber gerissen, dass er der verloren geglaubte Bruder von Sirius Black ist. Ein Zauberer geht in einen Pub und bestellt einen Vergessenstrank. Er dreht sich zu der Hexe neben ihn und fragt. Also, komme ich öfters hier? Der war schlecht, das gebe ich zu. Ron Weasley. Ich muss alte Bücher nutzen. Harry Potter. Wow. Ron. Und alte ranzige Kleider tragen. Harry. Richtig eklig, lol. Ron. Wäre echt verrückt, wenn mein bester Freund einen Raum voller Gold hätte und mir vielleicht ein bisschen aushelfen könnte. Harry. Ja, das wäre echt verrückt. Ganz ehrlich, ich habe mir oft die Frage gestellt, warum Harry nicht Ron ein bisschen geholfen hat. Also, mir wird auch nicht in den Sinn kommen, meinen Freunden, wenn ich jetzt reich wäre oder wohlhabender wäre wie sie, einfach Geld zu schenken. Ich würde es raffiniert machen, sage ich jetzt mal, eben zu Weihnachten, zu Geburtstagen wirklich teure Geschenke kaufen würde einfach oder ich weiß nicht, ihm einen Gutschein geschenken würde von einem Klamottenladen aus der Winkelgasse oder irgendwie sowas halt ausstellen, sodass er sich halt wirklich mal Sachen kaufen kann, die er halt gern mag. Weil ich weiß, es würde ihn freuen. Also, Ron beschwert sich ja, ich weiß gar nicht, drei, vier, fünf Mal in der ganzen Serie darüber, dass er halt wirklich arm ist und ihn das eigentlich stört. Man hört ja, also ich finde, man hört das ja eigentlich nicht allzu oft von Ron. Es gibt schon Momente, wo er ihn das aufregt. Und da kann ich ihn schon verstehen, so als Teenager. Aber ich glaube nicht, dass er ihn das wirklich sonderlich bekümmert, dass sie so arm sind. Also, ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine. Also, er ist jetzt nicht traurig drum, weil er liebt seine Familie und er mag seine Familie und er steht zu seiner Familie. Er will nicht reich sein, um reich zu sein, sondern er hätte halt einfach gern ein bisschen mehr Geld, um sich was leisten zu können in gewissen Momenten. Wie zum Beispiel, ich weiß nicht, damals das mit seinem Zauberumhang zum Weihnachtsball, solche Momente halt. Ich glaube, ansonsten darf sie nicht wirklich jucken. Zumindest habe ich so das Gefühl und das sage ich als Ron-Hasser. Und da verstehe ich Harry ehrlich gesagt nicht. Ich finde es auch unheimlich schade, dass zum Beispiel Geburtstage in Harry Potter gar nicht so thematisiert worden sind. Und ich meine, dass Harry Sachen zu seinem Geburtstag geschenkt bekommen hat, das wurde oft behandelt. Zum Beispiel dieses Bese-Pflegeset von Hermine, was er bekommen hat, was er ja auch mal weiter geschenkt hat, glaube ich. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich habe schon mittlerweile so viele Fanfragen gelesen, dass ich vielleicht auch die Sachen ein bisschen verdrehe. Aber zum Beispiel, ich habe, also nicht, dass man jedes Jahr das wiederholen müsste. Wobei das ja bei Harry oft wiederholt wird. Aber dass zumindest einmal erwähnt wird, dass Hermine ihren Geburtstag feiert. Die ja so gleich im September, wenn die Schule losgeht, ja gleich hat. Ich glaube, die hat am 11. oder so. Oder am 18. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wann sie hat. Auf jeden Fall gleich im September. Und Ron hat ja dann auch, ich glaube, im Frühjahr oder so Geburtstag. Ich bin ja auch im Frühjahr. Bei Ron weiß ich überhaupt nicht, wann er Geburtstag hat. Aber auf jeden Fall hat er ja auch irgendwann danach. Also da wird ja mit keinem einzigen Wort mal erwähnt. Keine Ahnung, an dem Tag, wo Ron Geburtstag hatte, lagen viele Pakete im Schlafsaal oder irgendwie sowas. Also das hätte er nicht mal so ein Kapitel einnehmen müssen. Einfach so ein paar Nebensätze nebenbei. Das einfach mal erwähnt zu haben, dass er vielleicht nochmal ein paar Socken von seiner Mutter bekommen hat. In einer schrecklichen Kastanienbraunfarbe, was ja Ron überhaupt nicht aufstehen kann. Molly Weasley aber ständig vergisst. Einfach so als Funfact hätte ich echt schön gefunden. Ich meine, selbst der Geburtstag von, jetzt bin ich mir echt nicht mehr sicher, war das von Sir Nicholas echt der Geburtstag oder nur das Anniversary, also das Jahrestag-Ding. Selbst das hat Erwähnung gefunden. Und ich finde es schon ein bisschen schade, dass das nicht mal in so einem Nebensatz erwähnt worden ist. So von wegen, ich habe Hermione jetzt hier am Geburtstag einen Büchergutschein gekauft oder keine Ahnung, letztes Wochenende, Hockseed, habe ich ein paar Geschenke besorgt für die Geburtstage, die jetzt anstehen oder sowas. Also finde ich schon sehr, sehr schade. Und wie gesagt, ich finde auch schade, dass Harry zum Beispiel auch dem Weasley, also er sagt ja selber, er hätte ihm gerne alles Gold gegeben, aber er weiß genau, sie hätten es nicht angenommen. Aber wie gesagt, man kann es raffiniert angehen und ihm einfach zu Weihnachten und zu ihren Geburtstagen einfach was schenken. Und dann hätten sie es mehr oder minder annehmen müssen, weil das war halt einfach ein Geschenk, er hätte es auch anonym schenken können, ohne Absender. Dann hätten sie niemals gewusst, dass es von Harry ist, weil wie wollen sie es beweisen? Finde ich persönlich echt schade. Und dafür, dass ich nur Witze vorlesen wollte, bin ich schon wieder vom Thema abgedriftet, aber so ist es halt bei mir. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen ersten Advent. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Special gefallen. Ich werde es nicht allzu lang jetzt noch machen. Ich habe als, weil ich es hier mit einfließen lassen kann, denke ich, ein kleines Großprojekt nebenbei so am Laufen. Ich höre mir immer wieder sporadisch die Hörkapitel, äh die Hörkapitel vor allem, ja. Genau, die Hörkapitel, die Hörbücher von Harry Potter an. Momentan bin ich beim Stein der Weisen und während ich höre, mache ich mir nebenbei immer wieder Notizen und schreibe mir die Sachen auf, die im Buch erwähnt werden oder angesprochen werden, die es in den Filmen nicht hineingeschafft haben. Und ich will dazu ein Video machen, also pro Buch wird es ein Video von mir geben, wo ich dann wirklich explizit auf jede Einzelheit eingehen werde, die halt eben verändert worden ist, anders dargestellt worden ist oder gemischt wurde oder eben komplett weggelassen wurde. So ein Harry Potter Buch versus Film. Das ist so mein, mein, mein Wunsch, könnte man sagen. Also ich, ich suche schon seit längerem ein Video, wo es sowas gibt, habe leider nichts gefunden, zumindestens nichts, was mich da entgegen befriedigt hätte, weil er alles mit reingenommen hat. Also mir fehlt so ein Video wirklich, und wenn es nur ein Wort ist, wirklich jedes kleine Detail einfach weggelassen wurde oder verändert wurde. Oder auch sowas, zum Beispiel Schulkleidung oder allgemein Kleidung anbetrifft oder auch so Änderungen, wofür jetzt keiner kann, wie zum Beispiel Harrys Augen oder dass Daniel Radcliffe nicht ganz so groß ist, wie eigentlich Harry es am Ende war. Also selbst sowas. Also wie gesagt, er kann ja nichts dafür, aber ich finde, solche Erwähnungen gehören, finde ich, irgendwo mit rein. Zumindest geht es mir so. Mein innerer Monk sagt mir entweder ganz oder gar nicht. Deswegen einfach nur eine kleine Bitte an mir und wer wirklich Lust dazu hat, einfach unten in die Kommentare reinschreiben, was euch so einfällt, was es nicht in den ersten Filmen geschafft hat. Also gerne auch in die andere Filme natürlich reinschreiben. Wenn ihr es reinschreibt, schreibt immer, welches Buch es war und was euch vielleicht auch am meisten gefehlt hat. Dann werde ich das einfach bitte ins Video mit einbauen. Ja, dann ansonsten einen wunderschönen Abend euch. Ich beende das Ganze noch mit einem Witz. Harry Potter. Ich brauche eine Vaterfigur. Mr. Weasley. Wie wäre es mit mir? Harry. Niemand meldet sich jemals dafür? Mr. Weasley. Ich glaube ich. Harry. Echt verrückt, dass mich niemand genug dafür liebt. Lol. Der war schlecht. Aber auch irgendwo richtig war. Ich finde Mr. Weasley wird immer vergessen. Ich meine, Mrs. Weasley war schon irgendwo wie eine Mami zu Harry. Finde ich zumindest. Also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass sie ihn anders behandelt hat wie ihre anderen Kinder. Also anders behandelt, vielleicht hat sie ihn ein bisschen mehr geliebt. Wobei das könnte man eigentlich gar nicht sagen. Eine Mutter liebt ja normalerweise alle ihre Kinder gleich. Aber ich finde, Mr. Weasley wird oft vergessen. Ich meine, er hat jetzt nicht so einen großen Anteil an Harrys Leben gehabt. Also er war ja oft arbeiten und hat Harry auch, glaube ich, erst im zweiten Buch kennengelernt. Aber er stand eigentlich immer hinter Harry und hat ihn ja zum Beispiel auch vor Sirius damals gewarnt. Ich finde schon, dass er so ein bisschen als Vaterfigur vergessen wird irgendwo. Ich finde, er hat schon ein bisschen mehr verdient. Naja, aber das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuhören und schaut euch einfach auf das nächste Special. Wird genauso verrückt. Bis dann.